Ja? Den. Du brauchst doch selbst oben hin. Oh, hier ist er oben. Ich bin die ganze Zeit am Fressen hier in Minecraft. Was anderes macht man hier nicht. Du musst da aufpassen, ich glaub ich brauch gerade Hünsche. Ähm, hier hin? Und? Hier. Die Lücke. Hast du Scrap? Nein. Wo soll ich Scrap nehmen? Ich brauch nur eins. Da hinten bestimmt dran noch. Nicht lecker. Äh, hänger. Ähm, so. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Das ist mir gerade so auffällig, du machst ja jetzt doch die Dinger. Was? Ach, gewollt. Ach ja. War verwirrt. Naja. Nichts passiert. Pass doch. Die haben noch gelangt. Wenn jetzt eh das Einzelne langt's auf jeden Fall. Äh, ich brauch hier noch so ne Stone... Dingens. Eins hab ich auch noch. Oder was meinst du? Stone Plate. Fehlt bei einer Maschine. Wo denn? Ach da hier. Hupala. Hupsala. Ja, da bin ich zu weit rechts gestanden. Mach mal über den Bauplan rein. Was soll ich machen? Über den Bauplan rein. Das war die falsche die du dahin gemacht hast. Ich? Das hier. Ist falsch. So? Das kann Transmitter. Doch. Ist dran. Brown Receiver. Was sind die falsche? WTF? Ach, verdammte... Verdammte Kacke, ich hab die falsche gebaut. Ich hab vergessen die Schüssel zu bauen. Weißt du, ich hab diese... Weitest Transziver gebaut und dann... Ja... Okay, passt. Verdammt. Aber ne Stone Ball sollte ich vielleicht auch noch bauen. Ja... Jetzt haben wir... Paar von den falschen. Wie viel hast du denn gemacht? Ein Stick? 16. Na gut, das ist ja... Die brauchen wir nicht ganz so häufig, aber auch öfters. Trotz dem Fail. Ja... Geht. Haben wir auch keine mehr. Nur noch eins gehabt. Das Ding muss man... Jetzt muss ich erstmal... Jetzt muss ich erstmal Closter und das vermehren. So. Was war jetzt der Grund warum wir uns hierfür entschieden haben und nicht für das andere? Ehrlich gesagt, klar. Weil es weniger Platz braucht. Und keine Pipes. Ich versuche immer Pipes zu vermeiden. So. Redstone war das andere. Redstone war das andere, was? Ach, ich red grad mit mir selber gegen Enderpearl-Dingern. Oh ne. Ist grad aufgefallen, wir haben keine Wolle. Doch, haben wir. Irgendwo. So, diesmal Stonebowl spawnen. Tanksnohr. Warum hast du das aufgehoben? Hab ich gar nicht. Wir sind wieder Neues gekommen. Ich hab hier vier Stück raus. Ach, dann kommt das von der Quarry. Ah, das macht Sinn ja. Ähm... Wir bauen nochmal Stonewaver. Ähm, in die Dings reinpacken. Stein, also gebrannten Stein. Und dann nochmal brennen. Tut er das automatisch? Ja. Abgesehen davon, dass die Chest schon wieder gelockt ist? Echt? Ja. Hat immer noch keinen Strom dran. Aber es ist Tag. Versteh ich nicht. Äh... Da hat er... Na, kein Strom dran. Das muss in... Einen Fireroom vernehm sein. Ah, ich weiß glaube warum. Ich hab doch da vorhin irgendwas rumgemacht, aber ne. Kabel ist noch dran. Battery Box ist fast leer. Welche? Die hier. Wo es draufsteht. Wo es draufsteht. Das ist ein Schwein. Aber, keine Ahnung. Und hier die hier? Ist die auch leer? Wo ist er denn? Da. Die ist fast voll. Die hier. Da kommt auch nix an irgendwie. Wird Stormwave eigentlich jetzt einsortiert? Alles klar, darf ich ziemlich lange auf den Wappen. Ähm, der wird nicht einsortiert. Der ist mit... Ja, ne. Ich mein, wo er nach der Verarbeitung hinkommt. Tja. Wenn er nicht sortiert wird. Dann läuft der jetzt ganz gut. Okay, ich darf warten. Ah, ja. Ach, es wird schon wieder dunkel. Aber der hier steigt jetzt. Ich warte vielleicht nochmal nix oben drauf klatschen. Hm. Ich widerstehe das eh manchmal nicht so richtig hier mit... ... mit dem Zeug. Dann gibt's auch keine richtige Info, glaub ich. Ja. So schwammig. An welcher Länge und so weiter. Genau. Besteht nur drin ja, nach einer bestimmten Zeit verliert das irgendwas. Oh. Oder haben wir hier irgendwo das Kabel durchtrennt? Ne, auch nicht. Und vor allem die... ... Batterybox hier ist fast voll. Wenn ich die mal abklemmere... ... und dann die anschließe... ... tut sich auch nix. Wobei die hier echt viel hat. Dann mach ich das hier mal weg. Und schließe es da... Ach, das bringt ja nix. So, damit da kein... ... Kutschschloss ist quasi. Oder wie auch immer man das nennen mag. Bringt aber auch nix. Ha. Wenn das hier abgeklemmt ist. Tja. Das würd ich sagen, probieren wir dann... ... auf Screen. Oh. Dann könnten wir jetzt auch mal ne Pause machen. Wir haben ja oben eingegangen und fertig. Ja, gleich. Gleich, gleich. Ach, du baust ja noch die Dinger an. Wenn ich nix, genau. Dann müssen wir uns... ... das nächste mal nur noch überlegen... ... wo wir die Kisten hinstellen. Wie wir das Lager aufbauen. Wie groß wir es machen. Ist ja schon einiges an Zeug... ... rausgekommen. Ja. Das müssen wir noch machen. Und ob wir ein Lager bauen... ... oder ob wir es dann einfach... ... kann man eigentlich so quasi ne... ... Überladungstool bauen... ... damit wenn die Kisten überlaufen... ... dass die dann... ... äh... ... quasi automatisch entleert werden... ... und dann... Ne, nicht entleert, aber... ... dass der Überschuss verbraucht wird. Ja, aber halt. Das geht. Ja. Das wird glaub ich die... ... beste und sparsamste Lösung. Ja. Doch, jetzt hab ich bloß hier gebaut. Ja gut, die Queries arbeiten. Apropos guckst du mal nach den Queries... ... und so. Ich wollte grad sagen... ... guck mal nach den Queries... ... und... ... mal auch nach den Dings. Die brauchen wir eh nicht. Was denn? Ne, äh... ... another mal wieder. Stimmt. Äh, ist jetzt überall Receiver dran. Die ist aus, die ist fertig... ... und die hier läuft noch. Cravy, wenn sie nichts mehr tut... ... immer einen Strom abnehmen... ... weil sonst läuft sie weiter. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem bei uns. Das stimmt. Gucken wir nochmal in den Blätter... ... hier ist übrigens die Wolle drin in der Kiste. Ja, cool. Äh, dann tue ich sie mal kurz einsortieren. Wird nicht sortiert. Ach, es gibt ne Wolle Küste eigentlich. Echt? Ja, in der letzten Reihe. Guck mal kurz nach. Bitte. Nein, ich bin nicht da. Ich bin bei der Cravy. Ja, wird einsortiert. Lapis... Cole... ... ein bisschen was hat sie. Und die hatte ich nicht... ... elf Stück, naja. Immerhin. Hm, ach so. Dings. Hm. Du bist grad vom Nether. Ich war grad... ... soll mir überlegen was... ... von was du gerade redest? Wir könnten auch eine Ender-Chest hin machen. Ich funktionier jetzt durch beide Welten durch. Die Frage ist ob das übertragen wird... Ja. Richtig. Also sie haben vier Energy Collector und zwei Red Matter. Und... ... in der kleinen Kiste wo draufsteht äh... ... Special Shit, äh... ... haben wir 14 Black Matter und 10 Eternalis Fio. Quasi das, was nicht in der Kiste hier hinten drin ist, zum Doppel machen, apropos, da sollte ich noch ein Siegesrei machen Und Dark Matter Das ist quasi was überproduziertes Okay Und ich hol mal Dark and Red Matter auch noch da rein Hast du die Transifa fertig? Jaja, die sind schon oben dran gesetzt Oh, unser Output hat sich verringert Und... Da ist wohl ein Eis jetzt mehr drin Was passiert halt, wenn recht viele gleichzeitig ausfallen? Zwei Eis sogar Äh, ziehen wir überhaupt den kompletten Output ab? Nö Also, Fragezeichen Die dürften alle voll sein Ja, sind sie auch Ähm, das nächste was wir bauen werden ist dann wohl so eine MFSU-Produktionsstätte Ja, wir wollen nicht übertreiben Wieso übertreiben? Ist doch ganz locker Hast du die Trans... äh Transifa oben hin gemacht? Ja Gut Gut Was ich schon vorhin gesagt hab Echt? Hast du auch 30 eingestellt? Ne Weil sie alle nicht auf irgendwas eingestellt sind Gute 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 Scrap 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 Ja, ich hab Scrap Ja, dann mach mal hier alle voll unten Also neuner Gute Da hat's der hier nicht Gute Mal testen ob ich, äh, auch streamen kann Streamen? Ja, weil ich müsste theoretisch tatsächlich von meinem... ähm, Internet her... halbwegs streamen können Also ich hab schon jemanden gesehen der etwa... gleiche, bzw. ein bisschen schlechte Internetleitung hat Na, warum muss man testen? Uuuh! Uuuh, ich glaub, ein Rechen verpackt das nicht Ja, probier's aus. Nächstes Mal Ja, ne, ich werd... Ja, ne, ich werd... Wer glaubt Minecraft... Mal gucken... Vielleicht... Äh, abgesehen davon, dass... Es hier immer noch nicht arbeitet... Ja, da können wir dann... irgendwann mal gucken Ja, ne, ne, die Kiste läuft grad über Welche? Ja, doch egal, gleich... Keine Ahnung, der Filter... Ach ne, du hast den Schalter umgelegt, oder? Die sind eigentlich aus Ja, dann ist klar, dass die irgendwann mal langsam voll werden Ja, gut, die können wir ja anlassen, aber das andere lass aus Ja, wir... Wir müssen dich noch kurz für die Kisten verbinden Noch kurz machen Wie? Ja, äh... Die Crap oben ist Crap So, ja, da könnten wir Kisten dran machen Sollten wir machen, weil... Wenn die jetzt hochliefern... Momentan laufen die einfach... Oder hast du älter? Nein... Oh, welche... Wo sind die? In dieser... Genau... Ähm... Nur die Pneumatic Nur die Pneumatic Ja, okay Keine Ahnung, ob Restriction oder sonst was Ja Oh, ich hab endlich ein Chatpack Ich fühl mich jetzt ungewöhnlich mobiler Ja... 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 Schrecklich Du hast die erste vergessen Ja... Oh... 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 Ja... Die hier laufen nicht ganz so schnell voll Ja... Die sind größer als ne Doppelkiste Das ist eigentlich über Scrap drin Ne? Die zwei von den Kisten... Der ist auch Scrap drin gewesen Echt? Okay... Ja... Egal... So... Dann würde ich mal sagen... Wir sind hier mit der Scrap-Produktion fertig... Jetzt fehlt nur noch quasi die Ausgabe Ja... Richtig Und... Ja... Wir haben eine zweite... Weite... Äh... Blumetropf... Äh... Traube... Ja... Emc-Trauben... Wie auch immer man das Ding nennen will Ja... 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 Haben wir eigentlich heute schon einiges zu tun? Das würde ich mal behaupten Schon Wir müssen irgendwann nochmal... Nur nochmal schön machen wieder Ja... Vielleicht... Kommt da auch... Unser... Hier... Vermisste... Vermisste Person wieder Ja... Jupp 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 Gut... Also dann... Ciao sind Internet... Bis zum nächsten Mal... Ciao...